ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen youtube video hier auf meinem kanal herzlich willkommen in woche fünf nach diesem wirklich schlechten kaffee aus dieser wunderbaren tasse habe ich mich dazu entschieden einmal ein video für euch aufzunehmen weil ich diese woche tatsächlich gar nichts gemacht habe das ist echt so semi gut bzw ich kacke weil ich eine mission hatte aber es haben sich einfach diese woche ein paar dinge ergeben und ich musste ein paar sachen machen die halt sehr viel zeit in anspruch genommen haben und zwar wurde ich angerufen und den job den ich eigentlich ab anfang dezember haben sollte den habe ich jetzt schon ab in der nächsten woche in fünf tagen geist krank ich freue mich mega dass ich angerufen worden bin und das ist schon früher losgehen kann weil ich halt jetzt so in der luft und hat jetzt hier halt dieses diese side quest so mäßig angefangen dass ich geld verdienen wollte mit videos und ja da ich aber deshalb auch noch ein paar mal nach frankfurt musste in der woche und viel erledigen musste einfach generell sitze ich hier tatsächlich auch gerade inmitten eines kleiderhaufens weil ich halt jetzt umziehen und ja ich würde sagen dass auf jeden fall die ausrede der woche deshalb habe ich keine kundenakquise gar nichts gemacht und niemals dem café betreiber bzw dem röstereibetreiber geschrieben dass ich jetzt wieder da bin und wie es aufnehmen kann obwohl er sich eigentlich meinen wollte hat er nicht gemacht ich habe ihm aber jetzt tatsächlich kurz bevor ich das video aufgenommen habe auf instagram geschrieben dass ich gerne melden kann dass ich jetzt wieder da bin und dass ich darauf warte dass ich alles habe ich hätte mir sogar extra noch lichter von tim aus geliehen also studio lichter damit man so richtig cooles licht machen kann weil in der rösterei war so ein bisschen das problem das mit dem licht vor allem weil es sehr viele lichtquellen gab die unterschiedlich waren also warme und kalte lichtquellen das irgendwie das mögen die kam also das mochte meine kamera auch nicht so weil sie nie wusste white balance mäßig wie das bild sein sollte aber es ist auch zu viel geek getalken und ja da heute schon sonntag ist war es das schon mit der woche also ja mit diesem sehr ernüchternden ende und mit diesem sehr ernüchternden kaffee würde ich sagen was das dann auch diese woche ich denke das war es auch tatsächlich mit dieser ganzen serie weil ich halt jetzt keine zeit mehr habe videos zu machen leider weil ich jetzt einen neuen job habe ich bin ziemlich erfolgreich gescheitert würde ich sagen mit 5000 euro ich habe 100 euro verdient vielleicht verdiene ich nächste woche ja noch ein paar hundert euro wenn ich bei der rösterei vielleicht videos drehen das würde mich auf jeden fall sehr freuen und darüber werdet ihr natürlich dann auch noch wieder bescheid kriegen und das werdet ihr natürlich noch sehen aber danach war es das tatsächlich erstmal würde ich sagen vielen vielen lieben dank für die aufmerksamkeit und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen sonntag und hoffe wir sehen uns nächste woche sonntag nochmal und ja mal schauen was ich dann für ein video bringen